Ich glaube, mit diesem Jahr hat wirklich gar keine gerechnet. Corona war da und hat uns einfach alle in die eigenen vier Wände gebracht. Das einzige Logische für mich ist jetzt, einfach meine eigene Firma weiterzumachen, die ich im letzten Jahr angemeldet habe. Zeit war ja eh genug da. In den letzten Monaten kamen so viele neue Aufträge rein, dass ich mich für jeden Auftrag gefreut habe und erst so richtig gecheckt habe vor allem, dass der Weg von Hobby zum Beruf immer kürzer wird. An manchen Tagen hatte ich nicht mal mehr die Zeit gehabt, um zu schlafen, weil einfach die Deadline immer näher rückte. Ich weiß echt nicht, wie stressig manche Tage waren, aber ich bin stolz, dass ich die durchgezogen habe. Wenn ich einen weil, dann ein Jahr Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Was ich wirklich dieses Jahr gelernt habe, ist, dass egal wie deprimierend auch manchmal die Zeiten sein können. Tut jeden Tag aus eurem Leben das Beste draus, damit ihr die Zeiten genießen könnt. Tut einfach das Beste draus. Untertitelung. BR 2018 Ich gehe mit offenen Augen durch die Welt und halte mich für jede Challenge oder Veränderung bereit, egal was auf mich zukommt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!